Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal geht es um ein Teste-mich-Video, aber ich werde nicht mich testen, sondern ihr könnt euch testen. Ich habe ein paar Fragen zusammengestellt, die ihr gleich beantworten könnt und dann wird sich am Ende herausstellen, welches SSO-Pferd zu euch passt. Es muss nicht stimmen, also nehmt das nicht zu ernst. Wenn ihr lieber ein anderes Pferd mögt, ist das kein Problem. Aber es kann auch stimmen, bei mir stimmt es zum Beispiel, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Fragen ausgesucht habe. Aber naja, wenn ihr mehr Videos wollt, wo ich dazu rede oder dass ich vielleicht mal einen Livestream mache, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Außerdem würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, ich würde sagen, los geht's! Nur noch eine kurze Info. Beantwortet die Fragen ehrlich und denkt gut nach, was wirklich zu euch passt, welche Antwort. Und stoppt das Video manchmal dazwischen, wenn es euch zu schnell geht, um eure Punkte zu zählen. Denn am Schluss braucht ihr nämlich die Summe von euren Punkten. Ähm, ja, jetzt geht's aber weg. Das ist nicht so lange. Bis zum nächsten Mal. 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 So, das war's mit dem Video. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Pferd bei euch rausgekommen ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.